Jetzt, wenn man erstmal einmal drin ist. Machst du auch ein Beste auf mit den Outtakes und sowas? Oh Gott. Meine größte Stärke ist meine Leidenschaft. Ich bin seit über 30 Jahren Werder-Mitglied in guten wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt. Meine größte Schwäche ist dabei die Ungeduld. Denn gerade auch in der Politik dauern für mich viele, viele Prozesse viel zu lange. Dementsprechend meine Schwäche ist auch meine größte Stärke, die ich für Bremen einsetzen möchte. Dass wir in Bremen endlich unsere kurzen Wege nutzen und die Chancen ergreifen, die wir haben. Also mit Leidenschaft und Ungeduld für Bremen.